Beim FC Bayern will einer der größten Stars weg, Robert Lewandowski. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2023, trotzdem hat er ein klares Statement abgegeben. Er meint, gut möglich, dass man ihn zum letzten Mal im Bayern-Trikot gesehen hat. Sein Ziel ist wohl der FC Barcelona, am liebsten sofort. Angeblich ist es schon immer sein Traum gewesen, in Spanien zu spielen. Lewandowski ist 33 Jahre alt, er hat bald Geburtstag. Vielleicht ist jetzt die letzte Chance, zu einem Top-Klub im Ausland zu gehen. Der FC Bayern will das verhindern. Die Bosse sagen, dass Lewy bleibt und den Vertrag erfüllen muss. Jetzt mal im Ernst, das klingt wie eine Taktik, um den Marktwert nach oben zu treiben. Man braucht Geld, um einen Nachfolger zu verpflichten. Das ist echt eine verzwickte Lage. Wichtig ist, beide Seiten zu beleuchten. Vom Spieler und vom Verein. Vorneweg, ich denke, dass sich der FC Bayern verpokert hat. Wieso, klären wir jetzt. Also Leute, der Transfersommer kann turbulent werden. Lasst uns keine Zeit verlieren, los geht's. Der Wunsch zu wechseln, ist ja bei weitem nichts Neues. Immer wieder hat's Gerüchte gegeben, dass Robert Lewandowski weg will. So konkret wie jetzt ist es halt noch nie gewesen. Ich denke, es gibt mehrere Gründe. Punkt eins, der volle Trophäenschrank. Er hat beim FC Bayern fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Zick Titel stehen in seiner Vita. Hier sind sie für euch mal aufgelistet. Dazu noch sechsmal die Torjägerkanone. Lewandowski hat definitiv eine Ära geprägt und sich zu einem Weltklasse-Stürmer entwickelt. Legendär war da vor allem ein Bundesligaspiel. 2015 gegen den VfL Wolfsburg, da kam er als Joker rein und drehte sofort auf. Fünf Tore innerhalb von neun Minuten. Die Buden waren total verschieden. Ein Distanzschuss, ein Seitfallzieher und natürlich auch klassisch per Schuss im Strafraum. Da konnte man sehen, wie vielseitig er ist. Übrigens, die Schuhe von dem Spiel liegen immer noch bei ihm zu Hause. Die haben mit Sicherheit einen ganz besonderen Platz. Also, Robert Lewandowski hat viele Rekorde gebrochen und sogar etwas geschafft, was man für unmöglich hielt. Die Bestmarke von Gerd Müller zu knacken. 40 Tore in einer Bundesliga-Saison. Er hat sogar noch mal getoppt. Insgesamt 41 Mal ist der Ball im Netz gezappelt. Im Ernst, für ihn gibt's in der Bundesliga wahrscheinlich keine Herausforderung mehr. Lewandowski hat hier bewiesen, wie gut er ist. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, eine Trophäe fehlt ihm noch in der Vitrine. Der Ballon d'Or. Wie wichtig ihm der goldene Ball ist, wissen wir alle. Er will ihn unbedingt haben und er wirkt schon fast davon besessen. Viele Chancen, ihn zu gewinnen, gibt's nicht mehr. Seine innere Uhr tickt ja ziemlich laut. Ein Wechsel nach Spanien kann seinen Ruf tatsächlich verbessern. Lewandowski kann zeigen, dass er in jeder Liga ein gefährlicher Torjäger ist. So würde dann auch das letzte Jury-Mitglied sehen, was für ein krasser Stürmer er ist. Ich denke, die Chance ist größer, diese Trophäe zu gewinnen, wenn er im Ausland spielt. Ein Wechsel würde dementsprechend schon Sinn ergeben, und zwar besser früher als später. Im Verein hat's wohl zuletzt gekracht. Punkt zwei ist die Wertschätzung. Über dieses Thema wird ja viel beim FC Bayern geredet, da gibt's mehrere Facetten. In diesem Fall geht's um den Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen. Fini Zahavi ist der Berater, der in diesem Konflikt seine Finger im Spiel hat. Er hat etwas über Robert Lewandowski erzählt, und zwar, Zitat, Ja, da kann tatsächlich was dran sein. Der FC Bayern hat lange gezögert, so wirkt es von außen. Soll man verlängern, ja oder nein? Zahavi behauptet, vor einem Jahr bot er den Bossen an, den Vertrag zu verlängern, aber da gab's keine konkrete Antwort. Einfach Stille. Laut ihm verging viel Zeit, bis jetzt im März gab's wohl gar keinen Kontakt. Sollte das stimmen, wäre das wirklich krass. Lewandowski soll das irritiert haben. Seine Geduld wurde auf die Probe gestellt. Tja, gut möglich, dass er sich gedacht hat, okay, wenn mich der FC Bayern nicht unbedingt halten will, such ich mir eine Alternative. Ehrlich, das fände ich total in Ordnung. Eineinhalb Jahre vor dem Ende des Vertrags will man doch mal wissen, wie es in Zukunft weitergeht. Ja, ich weiß, die Bosse haben immer wieder gesagt, Robert Lewandowski ist wichtig und man ist glücklich mit ihm, aber Taten sprechen lauter als Worte. Man möchte etwas Handfestes haben. Erst Ende April hat's ein mündliches Angebot des FC Bayern gegeben. Eine kurze Laufzeit, ein zusätzliches Jahr, fertig. Im Verein ist sowas normal, trotzdem sendet es mal wieder ein Signal. Leichte Zweifel, ob er noch lange auf Topniveau spielen kann. Robert Lewandowski ist ein Vollprofi, sein Körper ist krass, er ist topfit und fast nie verletzt. Er bringt konstante Leistungen. Mit 35 Toren ist er mit Abstand der beste Bundesliga-Torjäger in dieser Saison. Seine Leistungen passen nicht zu diesem Bayern-Angebot. Also, es ist anscheinend ein Mix aus zwei Dingen. Zum einen dem Zeitpunkt der Gespräche, zum anderen die Laufzeit des Vertrags. Da entsteht für mich der Eindruck, dass die Chemie zwischen diesen beiden Parteien einfach nicht passt. Und so deutet jetzt vieles auf einen Abschied hin. Die Sichtweise des Vereins ist natürlich auch wichtig. Der FC Bayern will vorerst hart bleiben. Die Position im Transferpoker ist auch relativ gut. Robert Lewandowski hat einen Vertrag bis 2023 und es gibt keine Ausstiegsklausel. So, die Bosse kritisieren, er ist geldgeil. Nur so können sie sich diesen Wechselwunsch erklären. Juli Hoeneß ist Ehrenpräsident und sitzt im Aufsichtsrat. Er hat gesagt, dass Wertschätzung zu 99% der Euro-Betrag ist und, Zitat, es geht nur um Kohle, um sonst gar nichts. Mit einem Abendessen am Tiergarnsee kann man das Problem nicht lösen. Ja, da gibt's ein Muster. Sobald ein Spieler weg will, wird genau das behauptet. Bei David Alaba war das so, bei Niklas Süle und jetzt bei Robert Lewandowski. Das ist kein guter Stil und billiges Nachtreten. Keine Frage, der FC Bayern bezahlt schon hohe Gehälter. Die UEFA hat da interessante Zahlen veröffentlicht. Insgesamt 262 Millionen Euro gaben die Bayern im Jahr 2020 für Spielergehälter aus. Das ist im europäischen Fußball der sechsthöchste Wert. Hier ist für euch die Rangliste. Die Sache ist, Fimi Zahavi behauptet, gar nicht mehr Geld gefordert zu haben. Weder einen Cent, Penny, Euro, Mark, Peso oder Hubel. Es wurde laut ihm gar nicht über Geld gesprochen. Interessant ist, Robert Lewandowski ist ja eh schon der Topverdiener beim FC Bayern. Circa 24 Millionen Euro soll er verdienen. Klar, im Ausland werden oft völlig verrückte Beträge bezahlt. Gut möglich, dass er da noch mehr Geld bekommen hätte. Bei einem Wechsel wäre es wohl der letzte fette Vertrag in seiner Karriere. Da ist es doch völlig okay, mal aufs Geld zu schauen. Aber, wie gesagt, es gibt halt noch mehr Faktoren. Alles nur aufs Geld zu schieben, ist viel zu einfach. Und ich finde, das ist populistisch und viel zu kurz gedacht. Der FC Bayern steckt in einer schwierigen Situation. Stichwort Kaderplanung. Die Gegenwart ist wichtig, keine Frage. Die Zukunft aber halt auch. Ich denke, die Bosse haben sich da verpokert, weil sie zweigleisig geplant haben. Robert Lewandowski ist ein Weltklasse-Stürmer. Dass er weg will, ist für den Verein eine Katastrophe. Die Bosse reagieren da echt dünnhäutig. Attackiert wurde vor allem der Berater, Pili Zahavi. Vor einem Jahr beim Alaba-Konflikt beschimpfte man ihn schon als geldgierigen Piranha. Jetzt sitzt er wieder mit am Tisch. Im Levy-Konflikt haben die Bayern nachgelegt, besser gesagt Braco Salihamidzic. Zitat, er hat natürlich einen Berater, der ihm den Kopf verdreht hat. Das ist einfach nicht sauber. Okay, zwischen den Zeilen hört man da einen klaren Vorwurf. Der Berater sei schuld am Abgang. Jetzt mal im Ernst, Robert Lewandowski ist intelligent und reflektiert. So wirkt er auf mich zumindest. Er plant seine Karriere ganz genau. Und wie gesagt, immer wieder gab es Gerüchte, dass er gehen will, auch als er andere Berater hatte. Das ist nichts Neues. Die Braco-Aussage halte ich deshalb für sehr gewagt, beziehungsweise Quatsch. Vielleicht sollte der FC Bayern vor der eigenen Haustüre kehren. Auf der Wunschliste hatten sie einen Spieler. Erling Haaland. Das ist ja kein Geheimnis. Gerade mal 21 Jahre alt, eine brutale Torquote aus Sicht des Vereins. Völlig logisch zu versuchen, ihn zu verpflichten. Aber das sorgt halt für interne Probleme. Robert Lewandowski hat das in Ruhe beobachtet. Er kann ja auch Zeitung lesen. Und sein Berater meint das hier, Zitat, er weiß ganz genau, was um ihn herum passiert und was der FC Bayern geplant hatte. Robert wusste also die ganze Zeit, dass Bayern ihn durch Haaland ersetzen wollte. Ja, Zahavi meint noch, in der Fußballwelt gäbe es keine Geheimnisse. Da sind wir erneut beim Thema Wertschätzung. Robert Lewandowski wartet auf einen neuen Vertrag. Keiner der Bayern-Bosse redet anscheinend mit ihm. Und stattdessen hört er, dass ein neuer Star im Sturm verpflichtet werden soll. Ist nicht ganz so geil, oder? Da fühlt man sich wie eine 1-B-Lösung. Der Poker des FC Bayern hat nicht funktioniert. Erling Haaland geht zu Manchester City und Robert Lewandowski hat keinen Bock mehr. Das ist für den Verein der absolute Worst Case. Ein Ersatzstürmer muss dringend kommen. Entweder sofort oder spätestens im nächsten Jahr. Legen wir mal in die Zukunft, da ist einiges möglich. Variante 1, der Abgang jetzt im Sommer. Der Vorteil liegt auf der Hand, es ist die Ablösesumme. Der Umbruch im Sturm ist eh früher oder später nötig. Gute Spieler kosten viel Geld und da ist jeder Euro auf dem Bankkonto wichtig. Der FC Bayern hat einen sogenannten Schattenkader, in dem sind potenziell interessante Spieler, die man verpflichten könnte. Jetzt ist es wichtig, bei denen abzuchecken, ob sie Bock haben, nach München zu kommen. Sascha Karlajcic vom VfB Stuttgart soll ein Kandidat sein. Er will wohl den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Patrick Schick wiederum kommt definitiv nicht. Er hat gerade seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen bis 2027 verlängert. Mal abwarten, ob sofort ein Ersatz gefunden wird. Variante 2, der Abgang im nächsten Sommer. Robert Lewandowski ist da ablösefrei, sprich, die Bayern hätten etwas weniger Geld in der Tasche. Das ist nicht optimal. Der Vorteil ist, dass genug Zeit wäre, um in Ruhe nach einem neuen Stürmer zu suchen. Es wäre also nicht ganz so viel Druck auf dem Kessel. Die Bosse könnten weiter scouten, den Markt beobachten, Gespräche führen und eine passende Lösung finden. Dazu wäre es ein Statement. Der FC Bayern würde zeigen, wir sind kein Verkäuferverein. Andere Top-Klubs sollen also die Spieler in Ruhe lassen. Oder Variante 3, der Vertrag wird verlängert. Okay, das wäre fast eine Sensation, aber im Fußball kann vieles passieren. Vielleicht finden die Top-Klubs andere Lösungen und zack, hätte Lewandowski plötzlich kein Angebot mehr auf dem Tisch. Da könnte er realisieren, okay, München ist eine schöne Stadt und hier zu leben ist ganz cool. Für den FC Bayern würde es bedeuten, dass der Umbruch erst mal verschoben ist und man deutlich mehr Zeit hat, einen Nachfolger zu finden. Aber hey, das ist Stand jetzt wirklich unrealistisch. Da mal die Frage an euch. Welchen Weg findet ihr am besten? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Ich finde, Variante 1 ist am besten. Robert Lewandowski hat im roten Trikot viel erlebt. Seine Bilanz, 374 Pflichtspiele und durchschnittlich in jeder Partie war er an einem Treffer beteiligt. 344 Tore und 72 Vorlagen. Eine Sache kann man ihm aber tatsächlich vorwerfen, und zwar, dass er nicht rechtzeitig zu den Bossen gegangen ist, um zu sagen, ich will weg. So müssen die nämlich jetzt innerhalb von kürzester Zeit einen Nachfolger finden und das ist echt ein Problem. Trotz alledem, Robert Lewandowski ist Teil der erfolgreichsten Generation der Vereinsgeschichte. Dafür sollte jeder dankbar sein und da passt die Floskel. Reisende soll man nicht aufhalten. So, hier ist die neue Folge Bolzplatz für euch verlinkt. Da rede ich auf dem Sportstudio Fußballkanal über die besten Trainer der Welt, und das sind die Deutschen. Checkt das mal aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick, haut rein und ciao.